Wir haben es fast geschafft. Am kommenden Wochenende erwartet uns der dritte und letzte Teil des Formel 1 Tripleheaders. Und für Hochspannung ist gesorgt. Schlägt Mercedes zurück? Verteidigt Vettel die WM-Führung? Hier sind unsere fünf Brennpunkte für den Großbritannien Grand Prix. Erholt sich Mercedes vom Österreich-Debakel? Zwei technische Defekte und ein Strategiefehler. Mercedes verschenkte in Spielberg einen möglichen Doppelsieg. Schlagen Hamilton und Co. beim Heimrennen zurück? Ja, die WM-Führung ist futsch für die Silberpfeile. Sowohl Fahrer als auch Konstrukteurs WM. Beide Führungen sind erstmal an Sebastian Vettel bzw. Ferrari übergegangen. Nach diesem absoluten Katastrophen-Wochenende in Österreich für die Silberpfeile. Aber die Chancen stehen gut, dass man diese Charte direkt wieder auswetzen kann in Silverstone beim Heimspiel des Teams. Denn die Rennstrecke, das Home of British Motor Racing, die ist perfekt für den F1 W09. Die schnellen Kurven liegen dem Auto, das hat man letztes Jahr schon gesehen. Und auch dieses Jahr natürlich wieder Mercedes auf Strecken, die aerodynamisch anspruchsvoll sind, wo viel Downforce in den schnellen Kurven gebraucht wird. Da sind die immer besonders gut. Das heißt, das ist schon mal ein gutes Vorzeichen für Mercedes. Dann dazu natürlich die Strecke neu asphaltiert. Es kommt der dünnere Pirelli-Reifen zum Einsatz, wie schon in Barcelona und Frankreich. Auch da war Mercedes mehr oder weniger unschlagbar. Und dass Lewis Hamilton zu Hause abliefern kann, das hat er gezeigt. Zu Hause schon letztes Jahr, das letzte Mal auch gewonnen. Also Lewis Hamilton auf jeden Fall der Favorit. Valtteri Bottas, der hat auch gezeigt, obwohl es im Moment nicht so gut läuft. Der bleibt am Ball, der hat immer noch Biss. Also mit den Silberpfeilen muss man trotz des Debakels von Spielwerk auf jeden Fall rechnen. Staubt Vettel erneut Punkte ab? Ferrari betrieb in Frankreich und Österreich zuletzt Schadensbegrenzung. Zudem bescherte der Doppelausfall von Mercedes Sebastian Vettel die WM-Führung. Kann er seinen Vorsprung in Silverstone ausbauen? Ja, einen Punkt Vorsprung auf Lewis Hamilton hat Sebastian Vettel nach neuen Saisonrennen. Aber richtig perfekt haben der Heppenheimer und sein Team es auch nicht gemacht in den letzten Rennen. Beziehungsweise vor allem er nicht. In Frankreich Bottas abgeschossen, das Rennen versaut. In Österreich die Grid-Panality kassiert dadurch rückblickend. Wenn man die Mercedes-Ausfälle da mal berücksichtigt, hat er eigentlich einen relativ sicheren Sieg dadurch verschenkt. Trotzdem zurück in der WM-Führung. Aber die auch in Silverstone zu retten, das wird schwierig. Denn Ferrari, die sind auf der Strecke nicht besonders stark. Und selbst Maurizio Rivabene, der Teamchef, hat schon gesagt, wir müssen da aufpassen. Das ist eine Ero-Strecke, das wird für uns ein hartes Stück Arbeit. Und wenn Ferrari da die WM-Führung mit in die Sommerpause retten will, das sind dann noch drei Rennen, dann müssen wir jetzt in Silverstone auf jeden Fall mal Schadensbegrenzung betreiben, weil Favoritenrolle sehe ich da eher nicht. Welches Gesicht zeigt Red Bull in Silverstone? Die Performances von Red Bull waren zuletzt unberechenbar. Auch in Spielberg gelang im Rennen ein Sprung nach vorne. Welche Form legen sie in Großbritannien an den Tag? Drei Siege schon für Red Bull in dieser Saison, aber wenn man ganz ehrlich ist, das schnellste Auto hatten sie eigentlich nur in Monaco. Die Siege in China und auch in Österreich zuletzt, das war mehr begünstigt durch Strategieglück, durch Pech der Konkurrenz. Und Silverstone da jetzt dann anzuknüpfen an den Erfolg aus Spielberg. Red Bull hat sich letztes Jahr, 2017, richtig viel vorgenommen in England, aber auf der Ero-Strecke sind sie dann mehr untergegangen als eigentlich je zuvor in dem Jahr, in dem ich anderthalb Sekunden hatte Verstappen da verloren auf die Polezeit von Lewis Hamilton. Dieses Jahr hat der RB14 schon näher dran an Ferrari und Mercedes an der Spitze, aber dass sie da aus eigener Kraft irgendwo mitmischen können in Silverstone, glaube ich eher nicht. Aber wenn sie näher dran sind, auch mit dem Max Verstappen, der jetzt wieder richtig auf der Höhe ist, der wieder sein Potenzial voll abrufen kann, wenn da vorne die Herren Vettel und Hamilton, wenn die patzen, dann dürfte der trotzdem zur Stelle sein. Also wenn Red Bull da am Ball bleibt, dann könnte vielleicht wieder so ein Überraschungserfolg möglich sein. Greift Haas nach Renault? Haas war in Spielberg die klare vierte Kraft. In Silverstone wollen Grosjean und Magnussen wieder überraschen. Können sie vielleicht sogar Renault angreifen? Der Kampf um Platz vier, der hat in Österreich richtig an Intensität gewonnen. Renault, die haben das schlechteste Rennen dieses Jahr abgeliefert und auch das schlechteste eigentlich seit langer, langer Zeit. Also nicht nur, dass Höhenberg mit dem Defekt ausgefallen ist, sondern auch, dass Carlos Heinz einfach chancenlos war. Der ist hinter Sauber ins Ziel gekommen. Aus eigener Kraft gar keine Chance auf Punkte gehabt, Renault. Und hat richtig Federn gelassen, auch in der Konstrukteurs-WM. Denn Haas hat richtig aufgedreht. Grosjean mal keinen Mist gebaut, perfektes Wochenende abgeliefert, vierter geworden, das beste Resultat in der Teamgeschichte von Haas eingefahren. Magnussen auch super aufgelegt, Platz fünf geholt. 13 Punkte fehlen jetzt noch auf Renault. Haas jetzt neuer fünfter in der Konstrukteurs-WM. Und die Chancen stehen gut, dass die US-Amerikaner diesen Abstand noch verkürzen können jetzt in Silverstone. Denn anders als das Partnerteam Ferrari gefällt Haas eine schnelle Strecke wie Silverstone richtig. Der Vf 18, der steht auf schnelle Kurven, so wie in Barcelona. Und auch zuletzt in Österreich, da läuft das Auto zur Höchstform auf. Und wenn Grosjean und Magnussen da abliefern, dann haben die gute Chancen, noch richtig Boden auf Renault gut zu machen. Neuer Asphalt. Fallen die Rekorde? Silverstone erhielt im Winter einen neuen Asphaltbelag. Deshalb kommen auch zum dritten und letzten Mal die Pirellis mit der dünneren Lauffläche zum Einsatz. Wird der Rundenrekord damit geknackt? Ja, der neue Asphalt in Silverstone, der könnte alteingesessenen Formel-1-Fans fast die Tränen in die Augen treiben. Denn der war ursprünglich von 1996 der Asphalt, der da jetzt abgetragen wurde. Und der hat eine lange, lange Geschichte hinter sich. Aber neuer Asphalt, da können die Fahrer jetzt eine neue Geschichte drauf schreiben. Und das Erste, was er wahrscheinlich dann glauben wird, wird der Rundenrekord sein. Denn 2017 hat Hamilton mit 1 Minute 26, 6.00 Uhr schon eine richtig gute Zeit in den Asphalt gebrannt im Qualifying. Und der neue Asphalt alleine, der soll jetzt schon mal eine Sekunde schneller sein. Das heißt, ob Pirelli da jetzt die Dünnreifen bringt oder nicht, das spielt, glaube ich, nicht mal so eine große Rolle. Also wenn das Wetter trocken bleibt, wenn der englische Sommer uns da nicht enttäuscht, dann wird der Rundenrekord, der Strecke-Rekord auf jeden Fall dieses Jahr dann nochmal fallen. Ja, nach Silverstone ist dann auch schon der Hockenheimring an der Reihe. Der große Preis von Deutschland feiert sein Comeback in der Formel 1, wenn auch vielleicht nur für ein Jahr. Aber ihr könnt das Glück haben, ihr könnt live dabei sein, wenn die Formel 1 wieder in Deutschland fährt. Denn wir verlosen 10 Tickets. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist die kostenlose motorsportmagazin.com-App runterladen. Die gibt es für Apple, iOS, also ob ihr ein iPhone, Samsung habt, egal. Einfach runterladen, geht auf den Gewinnspielartikel und alles, was ihr machen müsst, kommentiert. Sagt uns, warum ihr der richtige Formel 1 Fan seid, der es verdient hat oder der in Deutschland unbedingt beim Grand Prix dabei sein muss. Und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr vielleicht Tickets für ein Hockenheimring. Aber vor dem Deutschland Grand Prix heißt es erst einmal, auf nach Silverstone. Christian ist schon unterwegs auf die Insel, um für euch direkt aus dem Fahrerlager zu berichten. Wie immer findet ihr alle News auf motorsportmagazin.com. Bleibt nur noch eine Frage offen. Wer ist dein Favorit auf den Sieg in Silverstone? Stimme in der Infokarte oben rechts ab und begründe deinen Tipp in den Kommentaren. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und abonniert unseren Channel, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis dahin, euer motorsportmagazin.com